Kevin Schäuble, ich hätte gerne den Herrn Alois Schickelgruber gesprochen. Der ist am Telefon, wie kann ich Ihnen helfen, junger Mann? Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Kevin Schäuble, mein Name, ich melde mich, weil Sie sich vor kurzem auf unsere kostenlose Webseite für einen Gewinnspiel registriert haben, für ein Gutschein-Gewinnspiel. Ja, ich erinnere mich. Ja, und ich berufe von der Gewinnvertriebszentrale Potsdam an. Kevin Schäuble, mein Name, die Teilnahme ist durch. Die Teilnahme haben Sie einen Gutschein in Wert von 750 Euro, haben Sie sich gesichert. Das ist ja eine großartige Neuigkeit. So eine gute Neuigkeit habe ich seit einer Mal von Paris nicht mehr erhalten. Vielen Dank, junger Mann. Welchen Gutschein, was ist das denn für einen Gutschein? Der Gutschein ist einlösbar bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Penny oder Amazon Gutschein. Eins von denen, Herr Schickelgruber. Alles, was man gebrauchen kann. Das ist kein Schrott dabei. Dann würde ich doch am liebsten den von Amazon nehmen, weil da muss ich das Haus nicht verlassen. Das ist ja aufgrund der aktuellen Bombardement-Situation nicht gerade ungefähr. Leider, leider. Aber es ist je nach Platzierung, Herr Schickelgruber. Ich habe da keinen Einfluss, leider. Ach, ich dachte, ich kann mir das aussuchen. Jetzt haben Sie mir schon Hoffnung gemacht. Leider nicht. Leider nicht. Aber Sie haben, also es bleibt ja nicht nur bei dem, sondern der steht Ihnen schon mal hundertprozentig zu. Es bleibt aber nicht nur bei dem, sondern durch diesen Gewinn sind Sie auch in der Finatium mit dabei. Auch noch. 20 Gewinner, 20 Preise. Fünf von Ihnen bekommen noch einen Hauptpreis. Die restlichen 15 bekommen den Eingausgutschein. Also leer davon gehen Sie auf jeden Fall nicht mehr auf. Also wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, es gibt 20 Personen und 20 Preise. Dann kann man ja nur gewinnen. Genau. Das erinnert mich an meine Zeit an der Westfront. Da kam einmal ein Untergebener zu mir und sagte, mein Führer, wir sind umzingelt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist doch großartig. Dann können wir in jede Richtung angreifen. Und genauso ist die Situation hier jetzt. Man kann ja gar nichts mehr falsch machen. Genau, genau. So sieht es aus. Das ist ja großartig. Das war jetzt gut. Und die Finatium findet heute in drei Monaten statt und wir würden gerne erstmal wissen, was Sie unter den Hauptpreisen bevorzugen würden. Und zwar, der erste Preis ist ein Audi A3 oder 50.000 Euro im Bar. Was würden Sie da bevorzugen? Was ist dieser A3 denn für ein Wagentyp? Ich kenne mich mit Kraftfahrzeugen nicht ganz so gut aus, außer mit dem KfW-Wagen. Genau. Ein S-Line. Das ist ein Audi A3 S-Line. Das ist ein bisschen sportliches. Das ist jetzt aber nicht so ein Panzermodell, nicht so ein Riesengerät. Nein, nein, nein. Also Mittelklasse wie A3. Der kleine A3 kennen Sie ja. Und den A6, der Mittelstand so. Mittel drin. Das heißt, das ist weder ein Mofa noch ein Panzer, sondern ein ganz normales Auto. Genau. Das klingt doch gut. Da würde ich mich doch sehr drüber freuen. Da könnte ich meine Frau überraschen. Okay, Frage muss ich ein. Der zweite Preis ist ein Volkswagen Golf 7 oder 25.000 Euro im Bar. Was darf es da sein? Da kommt das Wort Volk vor. Da ist das Problem ja eindeutig. Ich nehme das Auto. Okay, alles klar. Dann der dritte Preis sind dann 10.000 Euro im Bar. Der vierte Preis ist ein Technikgutschein im Wert von 8.000 Euro oder gegen Wert im Bar. Was darf es da sein? Ein was für ein Gutschein? Was haben Sie gesagt? Ein Technikgutschein. Der ist einlösbar bei Mediamarkt oder Saktoren. Dürfen Sie sich selber aussuchen? Das ist jetzt in der Tat eine schwierige Frage. Oder gegen Wert im Bar. Ich glaube im Zweifelsfall ist man mit dem Bargeld besser aufgehoben, weil es gibt ja durchaus auch auf den weltweiten Kolonialhandelsnetzen des Reiches manchmal bessere Angebote als in den stationären Läden vor Ort, die natürlich aufgrund des Kapitalstrebens viel höhere Preise haben. Genau, so sieht es aus. Kann man sich wenigstens aufteilen. Genau, das ist der Sinn. Man muss sich ja immer eine Reserve zurückhalten, wenn es an einer Front nicht so läuft wie geplant. Dann kann man nochmal nachsteuern. Aber wenn Sie alles auf eine Karte setzen, dann machen Sie es für Napoleon bei Austerlitz oder Waterloo. Das eine Mal klappt es, das andere Mal nicht. Und dieses Risiko sollte man nicht eingehen. Man sollte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Genau. Und das heißt nicht umsonst, es führen viele Wege nach Rom und man kann sich den Weg erleichtern oder erschweren. Das ist richtig. Auch wenn ich mit diesem Spruch momentan doch etwas vorsichtig umgehen würde. Rom ist ja momentan eine Todeszone wie Dresden 45. Ja, genau. Okay, muss man natürlich auch warten. Von wo rufen Sie denn an, junger Kamerad? Wo ist denn Ihre Firma? Ich rufe von Potsdam an. Von Potsdam. Genau, ich bin aber gebürtig Badenser. Aus dem Schwarzwald. Aus dem Schwarzwald, das ist ja auch eine sehr schöne Ecke. Da kenne ich noch, da hatte ich auch einen guten Kameraden, der sagt, Herr Generalmajor Franz von Baden, falls Ihnen das etwas sagt. Der hat immer zu pflegen, in der Offiziersmesse immer zu pflegen gesagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen, badisch und unsymbadisch. Den kennen Sie sicherlich auch. Genau, den Spruch kenne ich. Wie verläuft denn der Kampf mit den Schwaben? Mit den Schwaben? Also, die sind ja nicht gerade die Schnellsten, darum haben wir nicht so viele Probleme mit den Schwaben. Das ist gut. Das heißt, die Frontverläufe neigen sich da zugunsten des badischen Weltreiches. Genau, genau. Das ist sehr gut. Ich sage immer so, die Schwaben lassen uns ruhe, weil die kommen uns nicht nach. Ja, aber da müssen Sie in so einem Moment auch die Gelegenheit erkennen und die Offensive ergreifen. Wenn ein Feind sich nicht gerührt, dann muss man angreifen. Wenn wir jetzt schon bei Zitaten des großen Napoleon Bonaparte sind, der hat auch einmal gesagt, hindere einen Feind niemals daran, einen Fehler zu machen. Das wären schlechte Manieren. Und wenn die Schwaben ihre Flanke weit offen lassen, dann müssen sie mit Gewalt hereinbrechen und ihnen das Herz herausreißen. Wenn wir das Ganze mal aus der menschlichen Sicht betrachten. Wir wollen natürlich unseren Landsleuten nicht zaden. Nein, genau so sieht es aus. Aber ein bisschen Spaß muss in diesen schrecklichen Zeiten ja auch sein. Auf jeden Fall. Sonst wird es einem langweilig. Wie ist das eigentlich bei Ihnen mit der Arbeitssicherheit? Haben Sie da ein eigenes Büro, dass Sie da in Ruhe mit den Gewinnern sprechen können? Also wir haben uns aufgeteilt, dass nicht zwei Personen gleichzeitig im Office sitzen und das passt dann. Also die Gelegenheit von unserem Chef wurde natürlich erteilt, dass da jeder sein eigenes Revier hat, dass wir uns nicht irgendwie gegenseitig anstecken. Und auch falls irgendjemand mit Husten oder mit Schnupfen oder sowas kommt, wird sofort eingeschickt. Das ist auch eine durchaus sympathische Anweisung. Wissen Sie, in Friedenszeiten sollten Chefs auch mal so reagieren. Wenn Sie sehen, das stellt sich ein Mitarbeiter krank zur Arbeit, dass man einfach mal hingeht und sagt, mein Lieber, ich freue mich über deinen Einsatz, aber man sieht, es geht dir nicht gut. Mach, dass du nach Hause kommst. Das fehlt doch heutzutage einfach. Also ich habe die Einstellung, bevor ich mit einem Schnupfen oder mit Grippe zur Arbeit gehe und andere Leute einstecke, bleibe ich lieber von meiner eigenen Tasche auch mal einen Tag daheim, Herr Schügelkofer. Das ist meine Einstellung. Naja, da gibt es in unserem Reich ja die Möglichkeit der Krankschreibung. Da müssen Sie ja nicht aus eigener Tasche bezahlen. Dafür habe ich ja gesorgt. Aber wie gesagt, aber muss ja natürlich auch so sein, dass auch mal die Eigenintensive muss auch mal da sein, dass man, wenn man sich nicht gut fühlt, dass man auch daheim bleibt. Selbstverständlich. Es hat ja niemand etwas davon. Genau. Und man sieht ja heutzutage immer Leute, wo natürlich irgendwie was beeinflussen wollen oder jemanden beeindrucken wollen und zum Hänge und Bürgel zum Arbeiten gehen, todkrank. Richtig. Und das finde ich sowas von falsch, das finde ich gar nicht gut. Solche Kameraden hatte ich in meiner Laufbahn auch. Wissen Sie, diese Kollegen sind dann krank zur Arbeit gekommen, weil sie sich für die größten Berserker hielten und waren dann die Ersten, die sich beschwert haben, wenn die angesteckten Kollegen sich krank gemeldet haben. Solche schrecklichen Kameraden-Schweine. Es gibt solche leider. Die haben wir dann am Spießrouten laufen. So, zu unserer Sache wieder weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren vom Volkswagen und von ganz viel Geld für Technik. Da waren wir stehen geblieben. Genau. Das waren die Hauptpreise. Die restlichen 15 Gewinner erhalten den gesicherten 750 Euro Wert Gutschein. Wunderbar. Die Gutscheine sind in Form von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Netto oder Amazon Gutschein. Je nach Platzierung. Wunderbar. Für jede Person. Wohnhaft am Friedhof 88 im Brechtesgaden. Jawohl, im schönen Bayerischen. Genau. Das ist schon ein bisschen Oberbayern, gell? Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich hoch. Oberst Salzberg. Ziemlich hoch, gell? Die Alpenfestung, falls Sie das kennen. Ja, sag mir was. Aber ich war noch nie in die Richtung, aber sag mir was. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Sie müssen sich nur vorher beim Rechtssicherheitsamt ein entsprechendes Dokument ausstellen lassen, die Sie eben einreißen dürfen im Moment wegen der Situation. Genau, genau. Sieht ja momentan überall gleich aus. Also momentan traut sich auch niemand jemand raus. Wenn es nicht sein muss. Es gibt es leider immer noch genügend, die sich darüber hinwegsetzen. Auch die werden dann mit eiserner Hand eingefangen. Leider, leider. Aber man hofft, dass es besser wird. Spätestens wenn Sie diesen ganzen Verrückten den Löffel abgegeben haben, hat sich das Problem erledigt. Genau, genau. Aber man hofft nur das Beste, gell? Das ist die natürliche Selekation. Ja, und Sie sind geboren am 20. April. Und einmal das Jahrgang von Ihnen bitte für den Datenabgleich. 1961. Super, würde ich mal sehen. Das ändert sich ja auch relativ selten, das Geburtsdatum. Es sei denn natürlich, man muss aufgrund seines Dienstes im Reichssicherheitsdienst eine neue Identität annehmen. Da gibt es natürlich auch ein neues Geburtsdatum. Aber sowas kommt natürlich nicht allzu häufig vor. Genau, genau. So, es kommen auch keine versteckten Kosten auf Sie zu. Da haben keine Zahlen, die Sie tippen und auch keine Lose, die Sie kaufen. Was sagten Sie gerade mit Katzen? Katzen? Sie sagten was von versteckten Katzen. Es kommen keine versteckten Kosten. Ich habe Katzen verstanden, entschuldigen Sie. Entschuldigung. Da hätte ich jetzt auch gesagt, ich bin eher der Hundemensch. Mit Katzen kann ich überhaupt nichts anfangen. Dann hätte ich das Gespräch sofort beendet. Katzen, Katzen sind eitel. Also Katzen sind, ich sage mal, egoisten. Das ist so. Wissen Sie, einen guten Hund, den kann man sich dazu erziehen, dass er einem folgt, dass er den Schwanz einzieht, wenn man ihm das befiehlt und dass er tut und lässt, was er angeordnet bekommt. Eine Katze, die macht, was sie will. Eine Katze ist kein guter Dienstbatter. Nein. Da habe ich mir aber, es gibt auch Hunde und es gibt Hunde. Meiner ist auch so lieb, wie er sein kann, aber ist ein Dickkopf meiner. Was haben Sie denn für einen Hund? Ich habe einen Chau-Cchau. Einen Chau-Cchau, das sind doch diese kleinen, plüschigen. Große, plüschige. Dann habe ich das gerade verwechselt. Genau, mit der blauen Zunge. Kennen Sie denn, sind Sie erfahren mit Hunden? Haben Sie schon länger Hunde? Nein, noch einigermaßen. Ich habe nämlich vorhin, deswegen war ich am Anfang etwas ungehalten, als Sie angerufen haben. Ich hatte vorhin einen Anruf von einer Firma, die wollte mir Hundefutter verkaufen. Und die hatten überhaupt keine Ahnung von den Inhaltsstoffen und der Zusammensetzung ihres Produktes, das ich irgendwann aufgelegt habe. Das war wenige Minuten, bevor Sie angerufen haben. Deswegen dachte ich, dass Sie mich schon wieder anrufen. Kennen Sie denn die Firma Dinaford Dox? Dinaford Dox, sagt mir was. Die haben mich, glaube ich, auch schon mal angerufen. Ich habe die gerade abgeblockt. Im ersten Moment habe ich Döner verstanden und war dann natürlich ins Sperrchen schon gereizt, weil die diplomatischen Beziehungen mit dem Ottomanischen Reich momentan ja auch nicht sonderlich zum Besten stehen. Aber ich habe mich zum Glück nur verhört gehabt. Das war nicht der Präsident Erdogan am Telefon. Okay, ich hole mein Futter immer beim Fressnapf. Da bin ich schon Jahre lang und da bin ich zufrieden und mein Hund mag das. Und da habe ich auch gar keine Lust, irgendwas anderes zu probieren, sage ich mal. Das ist ja auch das Wichtigste. Solange der sich wohlfühlt und isst, habe ich auch kein Problem. Der kriegt sowieso nur zweimal am Tag, sonst wird er immer gleich dicker. Und da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Das müsste ich in der Tat bei mir auch mal so durchziehen. Aber es ist gerade in diesen Krisenzeiten schwerer, als man denkt. Klar, also ich mache das immer meistens so, dass ich einmal morgens den Fressnapf voll mache. Dann wird gegessen, hat eine halbe Stunde längst Zeit. Wenn er es nicht auf ist, wird es weggenommen. Dann kriegt er erst am Abend oder was? Ich sprach eigentlich eher von meinem persönlichen Futternapf, weil ich gerade jetzt in diesen Hausarrestzeiten schwer dazu geneigt bin, mir die Zeit mit Essen zu vertreiben. Aber was soll man auch machen, wenn die Bomber über einem wegfliegen? Kann man ja schlecht im Garten spazieren, wie der Volksmund so schön sagt. So, gehen wir noch ganz kurz die AGBs durch, wo Sie auch gelesen haben. Wie Sie unter den AGBs auch gelesen haben, muss jeder Finalist, der sich ein Gewinn gesichert hat, eine direkte Verbindung zum Veranstalter haben. Herr Schägelkofer. Und die Veranstalter dieser Verlosung sind die Deutschen Verlagshäuser bundesweit. Deutsche Verlagshäuser. Dieser Name klingt schon richtig erhaben. Erhaben. Und damit das gewährgeleistet werden kann, ist bei dieser Aktion für Sie ein Sponsorzeitschritt mit dabei. Es werden keinerlei Unterschriften geleistet. Es ist eine speziell befristete Aktion für unsere Finalisten für 14 Monate. Die ersten zwölf Monate werden gegen Herstellerpreis verrechnet und die letzten zwei Monate sind gratis. Sie bekommen diesen Zeitschritt freier Haus geliefert. Das bedeutet, Sie müssen keinerlei Versandkosten tragen und dürfen auch nach Ihrem eigenen Geschmack aussuchen. Aus bestimmten Kategorien. Soweit verständlich gewesen, Herr Schägelkofer? Ja, Sie haben im Gegensatz zu den anderen Personen, die mich heute über das Handfunk-Fernsprechgerät kontaktiert haben, eine sehr klare Aussprache. Das ist bei den Menschen am Telefon ja oft wirklich... Da hat man ja das Gefühl, da werden die letzten Idioten hingesetzt, die nicht mehr in der Lage sind, einen zusammenhängenden Satz zu sprechen. Das erleben Sie sicher auch jeden Tag. Überleben, ja. Also das hören wir jeden Tag. Das ist schrecklich. Ich bekomme viel, viel, ja. Aber überlegen Sie doch was. Aber ist nicht so. Nehmen wir das doch einmal aus unternehmerischer Sicht betrachtet. Ich bin ja Antikapitalist, aber wenn man sich das mal überlegt, man setzt da Leute hin, die sollen Menschen beraten und betreuen. Und können nicht mal ihre Namen buchstabieren. Was will man denn mit solchen Leuten an so einer Position? Das ist natürlich eine Ansicht, ich sag mal, unser Chef, der ist natürlich da ein bisschen radikal. Der sagt da immer, es sollte jemand eins und eins zusammenrechnen können und zwei Worte gleichzeitig aussprechen können. Ja. Ansonsten hat er auf diesem Platz nicht zu suchen. Das ist in der Tat richtig. Verlangt Ihr Chef dann auch den obligatorischen ARIA-Nachweis? Nein. So weit sind wir noch nicht. Das ist gut. Der Gesetzentwurf ist nämlich auch noch nicht ganz fertig. Deswegen wollte ich mich da nochmal erkundigen. Genau. So, das mit den AGBs haben Sie ja durch verstanden soweit, oder Herr Schickel-Grober? Ich habe Sie bestens verstanden. Ich bräuchte noch einen neuen Sekretär, wenn Sie Ihrer Stellung dort irgendwann überdrüssig werden. Ich mag Ihre Art. Ich könnte Sie in der Reichskanzlei gebrauchen. Super, super. Ich komme darauf zurück, Herr Schickel-Grober. Was haben Sie denn für eine Kündigungsfrist? Ich habe Kündigungsfrist vier Wochen. Dann würde ich sagen, zum 1.5. melden Sie sich bei mir in der Kanzlei. Okay, kann ich machen. Herr Schickel-Grober. Wollen wir das machen? Ich habe eine Angestelltenwohnung, die ist jetzt momentan frei. Mein, oder Ihr Vorgänger, der Fegelein, der hat sich bei Ausbruch der Krise feige verdrückt. Und ich könnte jetzt in der Tat jemanden brauchen, der mir etwas hilft, den Alltag zu organisieren. Okay, wir können darauf reden. Was haben Sie denn für gehaltliche Vorstellungen? Ja gut, momentan liege ich bei zwischen 2.5 und 3. Liege ich jetzt momentan. Brutto oder netto? Netto. Netto. Da hätte ich ja nicht gedacht, dass man durch das Vermitteln von Gewinnnachrichten einen dermaßen Verdienst einstreichen kann. Kann man, natürlich. Womit verdient Ihre Firma denn Ihren Lebensunterhalt? Wenn Sie jetzt nur die Leute anrufen und sagen, guter Mann, Sie haben gewonnen. Das ist für mich zwar sehr schön, aber aus Führerperspektive frage ich mich natürlich, womit verdient Ihre Firma Geld, dass sie sie bezahlen kann? Ja, also diese Gewinnspiele werden ja durch die deutsche Verlagshäuser finanziert, Herr Schickel-Grober. Das ist richtig. Und damit wir diese Gewinnspiele vermitteln und auch den Leuten ihren Gewinn in Anspruch geben lassen, bekommen wir natürlich davon unseren Gehalt. Herr Schickel-Grober. Ah, Sie bekommen quasi Provision sozusagen. Genau, so sieht es aus. Das ist ja sehr ein interessantes Geschäftsmodell, muss ich sagen. Also arbeiten Sie selbst direkt für die Verlagshäuser? Ja, wir sind aber trotzdem selbstständig. Die Gewinnvertriebszentrale ist selbstständig. Wir werden nur von denen beauftragt, dass wir die Leute kontaktieren und ihren Gewinn vermitteln. Interessant. Das ist ja ein sehr ausgeklügeltes System. Ja, aber es klappt, Herr Schickel-Grober. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn sich da solche Gehälter bezahlen lassen. Die Chefs bestellen Sie ja auch nicht aus Menschenfreundlichkeit. Da wird für die ja auch noch genug übrig bleiben. Da kann man sich mal vorstellen, um welche Summen das da geht. Weil Sie wissen ja, wenn Sie überlegen, in Werbung steckt ja brutal viel Geld. Das ist in der Lage. Genau. Und die machen halt solche Aktionen, diese Verlagshäuser, die sagen, ich mache Werbung und die Kunden haben ihren Gewinn. Und beide sind davon glücklich. Das ist richtig. Sind Sie denn selbst auch verantwortlich für diese Gewinnspiele im Internet? Gestalten Sie die auch? Nein. Da habe ich keinen Einfluss. Ich bin nur für die Gewinnbestätigungszustände. Es hätte ja sein können, wenn Sie da so gut bezahlt werden, dass Sie da entsprechend weitreichende Kompetenzen aufweisen. Das hätte Sie für meinen Beraterstab natürlich noch interessanter gemacht. Haben Sie denn Erfahrung im Führen eines größeren Haushaltes? Leider noch nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen. Ich finde es aber schön, dass Sie noch nichts sagen. Sie halten sich die Option offen. Sie geben eine nicht eindeutige Antwort. Das ist sehr diplomatisch. Das kommt Ihnen am Tagesgeschäft, am Telefon sicher auch sehr zugute. Ja, auf jeden Fall. Man muss hier immer vorausgucken. Immer geradeaus gucken, sondern nicht rückwärts und nicht die Scheuklappe an, sondern immer auch rechts und links gucken, Herr Schickel-Ober. Das ist meine Einstellung. Das ist richtig. Vor allem der Blick nach links muss immer sehr scharf sein, weil von dort kommen die Feinde. Ja, genau. Wenn wir es mal wieder auf Baden-Schwaben betrachten. Ja, leider. Leider. So, Herr Schickel-Ober. Ich habe bei den Zeitschriften Nachrichten, Finanzen, Autosport, Computer, Wissenschaft, Geschichte oder TV. Welche Richtung würde Sie denn interessieren? Das war mir jetzt gerade ein wenig zu schnell. Sie hatten gesagt, ich habe Nachrichten. Ich war jetzt darauf gefasst, dass da eine Neuigkeit kommt. Okay, also ich habe an den Zeitschriften Nachrichten, Finanzen, Autosport, Computer, Wissenschaft, Geschichte oder TV. Jetzt würde mich ja doch interessieren, was Sie im Bereich Wissenschaft anzubieten haben. Ich verfolge ja die Werke des Werner von Braun, falls Sie den kennen. Das ist ein Raketentechniker. Ich bin sehr begeistert von seinen Erfahrungen. Da habe ich nur eins Bild der Wissenschaft. Eins vom Bild. Das ist vom Bild Verlag. Genau. Nein, mit diesen Lügnern will ich nichts zu tun haben. Okay, das ist natürlich immer so eine Ansichtsache. Manche steht darauf und manche sagt, nein, will ich nicht. Ich bin ja nur der Meinung, wer solche billige Propaganda ohne Mehrwert herausbringt in seinem Hauptverlagsprodukt, der kann doch nicht ernsthaft seriöse Wissenschaftszeitungen anbieten. Da ist der Ruf doch völlig zerstört schon durch das Handwerk. Das ist genau so, wie ich einem Bademeister keine Rolex Armbanduhr abkaufen würde oder einem Bäckereifachverkäufer nicht zutrauen würde, dass er mein Haus renoviert. Sie verstehen, was ich meine, das ist so die Nichts-gegen-Bäckereifachverkäufer, das sind wunderbare Menschen. Aber ich würde einem Verleger von Bild nicht zutrauen, dass er plötzlich seriösen Journalismus betreibt. Es ist ja genau das mit dem Bild-Zeitung, da steht von Anfang an bis Ende nur Lügen, aber es ist die meistverkaufste Zeitung in Deutschland. Ja, von Anfang bis Ende nur Lügen, damit lässt sich gut Geld machen. Genau. Und die Leute stehen darauf. Die Leute stehen darauf, bis es ans Geld geht. Genau, genau. Das ist schon alles nicht mehr so einfach. Die Leute werden ja immer dümmer. Ja. Also die Medien beeinflussen einen brutal viel. Ja, das kann man sicher auch sehr gut zunutze machen. Genau. Und Medien und es wird halt leutzutage zu wenig gelesen und zu viel Fernsehen geschaut. Das ist in der Tat richtig. Die Menschen lernen nicht aus den Fehlern der Vergangenheit. Genau. Durch Fernsehen werden halt die Leute manipuliert, daheim zu hocken und die Klappe zu halten. Was lesen Sie denn gern für Bücher? Ich habe es lieber so mehr mit Geschichte. Mehr mit Geschichte. Haben Sie meinen Kampf gelesen? Habe ich gelesen. Aber es ist schon ziemlich lang her. Was halten Sie davon? Muss ich wieder mal aufbischen. Sehr gutes Buch. Sehr gutes Buch. Sehr gut beinhaltet. Und es erklärt auch richtig den Sinn und Zweck der Sache. Was haben Sie denn persönlich für einen Mehrwert und für eine Lehre aus dem Buch gezogen, die sich auf Ihr persönliches Leben übertragen ließ? Seine Fehler einsehen. Die Fehler einsehen. Und sie dann besser machen. Also nicht die Fehler besser machen, sondern sie vermeiden. Genau. In dem Buch wird ja viel gesagt darüber, dass Fehler, die Fehler, die gemacht worden sind, und auch wie man sie besser machen kann, wurden ja auch erklärt. In meinen Kampf. Genau. Ja. So ist es. Ja, das ist richtig gut erklärt gewesen in dem Buch. Das freut mich, dass Sie da solch einen großen Mehrwert rausgezogen haben. Ja? Okay. Ich hätte, wenn Sie, falls es tatsächlich dazu kommen sollte, dass Sie sich meinem Hausstand anschließen. Ich habe mehrere original signierte Bücher davon liegen. Oh. Das würde mich... Dürfen Sie sich bei guter Führung gerne eins nehmen. Ich kann nicht mehr als ein Buch derselben Sorte gebrauchen. Okay. Würde mich freuen. Würde mich freuen. Erschte. So, welche Zeitschrift würden Sie denn sonst noch interessieren? Haben Sie denn was zum Thema Militärtechnik? Militärtechnik habe ich leider nichts. Das ist schade. Etwas Historisches vielleicht. Was Historisches habe ich Geschichte. Ja, das ist ja Historie. Ja. Da habe ich die damals. Damals hört sich gut an. Damals war alles besser. Genau. Und da wird... Es ist auch noch ganz übersichtlich. Es ist auch ganz beliebt. Also ich konnte mir den auch noch nicht anschauen. Aber es wird halt... Bei jeder Ausgabe wird halt ein Gebiet oder eine Person wird in Anschein genommen und wird über den berichtet. Ist noch ganz informativ. Das stellt sich sehr interessant an. Da kommt keine Langeweile auf. Genau. Genau. Und da würde Sie halbjährlich nur 53,83 Euro kosten. Das ist auch noch eine der günstigsten, was ich im Sortiment habe, Herr Schügelhofer. Somit hätten Sie eine Verbindung zum Veranstalter, haben sich Ihren Gewinn gesichert und sind in der Finanzierung mit dabei. Ich mag das, dass Sie in regelmäßigen Abständen meinen Namen wiederholen und ihn sogar richtig aussprechen können. Super. Super. Freut mich zu hören. Das wäre auch wieder ein sehr wichtiges Kriterium für die Anstellung in meinem Hause. Weil wenn wir einen Ministerialbesuch haben und Sie meinen Namen beim Empfang falsch aussprechen, wäre das sehr peinlich. Viele Leute bekommen das nicht hin. Gibt solche Leute. Gibt solche Leute. Sehr viele. Sollen wir die damals eintragen bei Ihnen? Klingt wunderbar. Herr Schügelhofer? Das klingt wunderbar. Okay. Haben Sie was zum Schreiben, Herr Schügelhofer, damit Sie mal das Wichtigste notieren können? Sowohl zum Schreiben als auch zum Malen, wie Sie das möchten. Ja. Bitte einmal meinen Namen notieren. Legen Sie los. Ich bin der Herr Kevin Schäuble. Wie der Ministerpräsident. Mit EU. Emil Ulrich. Ja, die EU ist ja auch zum Scheitern verurteilt. Ja, es geht langsam der Ende zu. Das ist in der Tat richtig. Geht nicht allein. Die EU hat scheinbar meinen Kampf nicht gelesen. Nein. Also jetzt, wo die Engländer draußen sind, ist ja ein riesengroßes Loch. Aber man muss es auch mal, jetzt sind wir wieder beim historischen Standpunkt. Napoleon hat es nicht geschafft, die Engländer zu vertreiben. Das Reich hat es auch nicht vermocht. Im 100-jährigen Krieg hat es auch nicht funktioniert. Jetzt hat sie keiner mehr angegriffen. Und jetzt gehen sie von selbst. Wir hätten sie einfach in Ruhe lassen müssen. Dann hätte sich das Problem von selbst erledigt. Manchmal ist Geduld ein Schlüssel zum Sieg. Ja. Aber mit der Zeit haben die halt gesehen, dass die nur reingeben, 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 aber nichts davon kommt. Und sollte sich vielleicht ein anderes Land, vielleicht sollte sich da auch mal ein Beispiel daraus nehmen, Herr Schickl-Ober. Welches Land sollte Ihrer Meinung nach denn als nächstes austreten? Das wird jetzt eine Kettenreaktion auslösen. Also ich sage, als nächstes ist Frankreich dran. Frankreich? Frankreich, wo sich aus der EU trennt. Das Thema können wir ja mal im Blick behalten. Ich hoffe, wir haben da in Zukunft öfter Gelegenheit. Wann haben Sie denn heute Feierabend? Ich hoffe. Heute um halb sieben. Um halb sieben. Was halten Sie denn davon, wenn ich nachher meinen Chauffeur zu Ihnen schicke und der Sie einfach einsammelt? In Potsdam? Natürlich. Wir haben ja Geschäftsstellen im Reich verteilt. Heute nicht, aber gegen Wochenende könnten wir was machen, Herr Schickl-Ober. Übers Wochenende, dass wir Sie quasi einmal zu einem Kennenlernen-Wochenende einladen. Genau. Die Fahrtspäßen übernehmen wir natürlich. Nur, dass wir es einmal gesagt haben. Der kleine Mann macht sich da oft Gedanken drüber. Dass Sie sich einmal die Reistanzlei anschauen und schauen, ob Sie hier mit den Arbeitsabläufen zurecht kämen. Wären Sie denn offen für eine grundlegende berufliche Veränderung? Natürlich. Wieso nicht, Herr Schickl-Ober? Es gibt Menschen, die sind mit Ihrer Firma verheiratet und da will ich da dann natürlich auch nicht fürs Fremdgehen verantwortlich sein. Nein, also da bin ich schon offen. Also wenn mir die Wege offen sind, wieso nicht? Weil es ist natürlich von Potsdam bis zum Obersalzberg ist das natürlich schon eine kleine Entfernung und ich bräuchte Sie natürlich hier abrufbereit. Genau, genau. Also mich hat es ja vom Bad Enzerland nach Potsdam geschlagen. Warum nicht ins Bayernland? Das ist eine gute Einstellung. Also... Das heißt, Sie werden auch für einen neuerlichen Wechsel nach wie vor offen. Genau. Und ich sage immer, ich bin dort daheim, wo mein Magen sich füllt. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich habe einen erstklassigen Koch. Super. Einen besseren finden Sie nur in den lächerlichen Fernsehsendungen, wo alles gespielt ist. Sind Sie denn selbst auch in der Lage, einfache Speisen zuzubereiten? Natürlich, natürlich. Welche Küche beherrschen Sie? Also ich... Um ehrlich zu sein, jede Art von Nudeln. Weil es das Einfachste ist. Das ist in der Tat richtig. Und obwohl ich, sage ich mal, bereit bin, sehr viel Geld für gutes Essen auszugeben, sind mir Nudelgerichte mit immer noch am liebsten. Die habe ich mit meinem Kochkameraden Mussolini. Wir haben Stunden in der Küche verbracht. Das hat uns gemeinsam große Freude bereitet. Und irgendwann, da hatte dieser ungehobelte Flegel doch den Einfall, mir eine Küchenschürze zu schenken. Und auf dieser Küchenschürze stand in altdeutscher Schrift, Nudeln machen ist auch kochen. So sieht es aus. Ja, man kann auch Nudeln richtig machen oder falsch machen. Das ist richtig. Und er hatte dann auch immer eine sehr seltsame Angewohnheit. Wir standen dann in der Küche bereit für den Einsatz. Und er rief dann immer, es ist Zeit für Reis. Wir müssen die Nudeln auskochen. Und dann ging es los. Und es dauerte teilweise tagelang, bis wir dann fertig waren. Es waren großartige Zeiten damals. Ja. Mit dem Herrn Erik Karpel, falls Sie den kennen. Nein, sag mir leider nicht. Der Gnade, der Koch. Und die gerommelten Erdnüsse und das totale Sieb, das waren wunderbare Zeiten. Super. Aber ich will meinen jetzigen Koch auch nicht schlechtreden. Der ist ein wunderbarer Mensch und Koch. Aber mir fehlen die alten Zeiten, in denen ich selber noch mit angefasst habe. Aber dazu habe ich heute einfach keine Zeit mehr, wenn ich nicht gerade im Bombenschutzkeller in Quarantäne sitze. Haben Sie denn gedient, junger Mann? Haben Sie gedient? Ich habe gedient. In welcher Front? Als Panzer. Sie haben als Panzer gedient. Da müssen Sie ganz schön schwer sein. Ja, also als Panzerfahrer. Habe ich gedient im Sigma-Ring. Im Sigma-Ring. Das ist Panzer. Da sind Sie mit der Kurzwaffe ausgebildet. Genau. Das ist gut, weil ich finde es natürlich in... Aber Sie sind, sage ich mal, sind Sie sich grundlegend vertraut mit Benutzung, Reinigung und Pflege einer Handfeuerwaffe der Marke P08? Ja, bin ich. Weil bei mir ist natürlich auch wichtig, wir sind viel unterwegs, wir haben hohe Werte zu schützen. Mein Hausstand trägt Waffen. Da hätten Sie auch kein Problem mit. Okay. Nö, hätte ich nicht. Das ist gut. Das wird natürlich auch alles vom Dienstherren gestellt. Und die Luga Parabellum gehört ja mit zu den zuverlässigsten Waffen mit Ihrem Knieverschlussgelenk. Das ist ja einzigartig auf der Welt. Deutsche, mit Handkuss, deutsche Ingenieurskunst. Okay. Ich sehe da einer goldenen Zukunft für Sie entgegen. Hoffe ich doch. Hervor doch, Herr Schickigeru. Wir müssen uns dann unbedingt einmal eine Zeit und einen Ort festhalten. Auf jeden Fall. Dann werde ich Sie abholen lassen. Packen Sie für ein bayerisches Wochenende. Das Wetter ist hier noch ziemlich durchwachsen momentan, dass Sie mir nicht anfangen zu frieren. Es ist hier zwar bei weitem nicht so kalt wie an der Ostfront, aber es kann einem schon kühl um die Nase werden. Glaube ich, glaube ich. Aber es ist ja momentan in ganz Deutschland weit ist es ja nicht gerade großartig, sage ich mal so. Es ist ja gerade momentan überall so. Es ist ja auch noch kein Nase. Aber in den hohen Alpen der Bergfestung, da ist es natürlich immer noch mal etwas kälter. Klar, klar. Sie haben aber eine ganz wichtige Frage. Haben Sie eine Tierhaarallergie? Nein, habe ich nicht. Das ist gut, wenn wir... Bitte? Nur gegen Katzen. Das sind auch Tiere. Ja, aber wie gesagt, Hundehaare machen wir nichts, aber Katzenhaare da habe ich eine leichte Allergie, dass ich dann Schnupfen bekomme. Wie ist das mit Ziegen? Ziegen habe ich keine Probleme. Das ist wunderbar, weil ich habe eine exklusive Zucht indischer Bergziegen. Das sind wunderbare Tiere, aber die müssen natürlich auch gepflegt und umsorgt werden und wenn Ihnen das Probleme bereiten würde, könnte ich das natürlich nicht verantworten. Nein, macht mir keine Probleme. Das ist wunderbar. Macht mir gar keine Probleme. Ich hätte mein Angebot freundlich zurückziehen müssen. Ich sollte diese Frage gleich zum Anfang stellen, damit ich den Menschen kein unnötiges Leid zufüge. Das liegt mir ja ferner als alles andere. das ist der Einzige. Da habe ich mir, also wir haben, also meine Eltern haben damals eine Katze daheim gehabt und da habe ich ganze Zeit Nasen laufen gehabt, oder? Und die ganze Zeit Schnupfen wie Heustupfen, sage ich jetzt mal. Und dann waren wir halt beim Arzt und die haben halt da mehrere Tests gemacht und dann hat sich herausgestellt, ich bin gegen Katzenhaare. Nur gegen Katzenhaare. Also andere Haare machen mir nichts aus, nur Katzenhaare, die machen mir halt da Probleme. Und seit ich keinen Kontakt mehr mit Katzen habe, habe ich auch keine Probleme mehr. Ist das mit den Ziegenhaaren denn speziell getestet worden, oder sagen Sie jetzt nur, dass es auch getestet worden, gut. Weil ich hatte auch mal einen Angestellten, der ist auch davon ausgegangen, ja, habe ich noch nie Probleme mit Ziegenhaaren gehabt, aber welcher normale Mensch kommt heutzutage noch mit Ziegen in Kontakt? Tatsächlich hat sich da eine schwere Allergie ausgeprägt. Wir haben das Ganze versucht dann durch eine Desensibilisierung, weil ich den Mitarbeiter nicht verlieren wollte, zu überbrücken, dass er halt diese Allergie verliert mit der Zeit, er ist dann leider in Folge einer Autoimmunerkrankung verstorben. Das möchte ich nicht nochmal erleben, ich mag keine stärkenden Dinge reichern. Muss nicht sein, muss nicht sein, aber da gibt es keine Probleme. Das ist sehr gut. So, meinen Namen haben Sie notiert? Mehrfach bereits, mehrfach. Genau, den Datum für die Finalsium bitte noch notieren, das wäre 26. Juni 2020. Jawohl. Ihr Sponsor ist die damals, würde sie halbjährlich 53,83 Euro kosten? Sind Sie noch da, junger Mann? Ja, ja, ich bin noch da. Sie haben plötzlich aufgehört zu sprechen, ich war etwas irritiert. Mindestgewinn 750 Euro Gutschein, Maximalgewinn 50.000, ne, Audi A3 haben wir da gehabt. Richtig, da muss man auch auf jeden Fall aus den Kampfpanzerlagen vier umsteigen. Genau, genau. So, das war, also dass Sie es mal so aufgeschrieben haben, dass Sie es auch mit den Unterlagen nochmal vergleichen können, was Sie von uns erhalten werden. Und meine Kontaktdaten bekommen Sie auch noch zusätzlich dazu. erzählen Sie, ich schreibe auch, ich bin gerade in Schreiblaune. Genau. Okay, das war es schon, was zum Aufschreiben war, dass Sie es auch mit den Unterlagen nochmal vergleichen können. Sie sagten gerade etwas von Kontaktdaten, ich würde mein Portfolio hier gerne vervollständigen. Die bekommen Sie mit den Post, Herr Schickl-Gober. Mit den Post, jawohl. Da bekommen Sie meine Kontaktdaten. So, in den nächsten sieben bis zehn Werkstagen bekommen Sie Post von Ihrem Sponsor. Ein Begrüßung schreiben mit einem kleinen Geschenk. Ein Reiserabatt-Gutschein in Höhe von 100 Euro ist mit dabei. Der ist zwei Jahre gültig und ist auch übertragbar. Ich hoffe, dass das mit der Krise ein bisschen besser wird, dass man sie denn auch so wirklich einlösen kann. Ich wollte gerade fragen, was denn die Dauer dieses Gutscheins ist, weil das ist ja momentan noch nicht umsehbar, dass sich die Fronten bedeutend stabilisieren. Es ist jetzt ja abzuwarten, was der Russen macht. Genau. Normalerweise war es ein Jahr gültig und das haben wir jetzt verlängert auf zwei Jahre Gültigkeit. Möglich sind denn russische Menschen? Sind mir zu kalt. Russische Menschen sind Ihnen zu kalt? Ja. Wir haben nämlich öfter mal diplomatischen Kontakt mit Personen des öffentlichen Lebens aus Russland. Nur, dass Sie denen eben, sage ich mal, keine... Was ist eine badische Spezialität? Ich sage mal jetzt, ich sage jetzt mal so, die sind mir... Also, ich habe nichts gegen die. Absolut nichts. Ich finde sie halt vom Charakter her nur kalt. Also, ich sage jetzt nicht, dass die so schlechte Menschen sind. Nein. Das will ich jetzt gar nicht behaupten. Aber die sind mir halt von Person her sind die mir zu kalt. Ich habe auch einen... Weil, genau, so wie Sie jetzt mich jetzt mal nur so telefonisch kennengelernt haben, ich bin halt offen und bin halt auch erdnensfreudig und bin halt gesprächig, sage ich mal. Das ist richtig. Und da sind wir halt die russischen Mitbürger sind mir da ein bisschen zu, ich sage mal, zu krickshaltend. Ja, zu kalt. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es bei denen auch recht kalt ist. Also, ich habe meinen... Das kann sein. Mein guter Freund, gut, er ist mal in früher Kindheit, da war der Josef Stalin ein guter Freund von mir. Und irgendwann sagt er auch mal zu mir, hast du was gegen Russland? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nichts, was hilft. Danach hat er den Nicht-Angriffspakt mit mir zurückgezogen. Und der Rest ist Geschichte. Das können Sie dann in der damals lesen. Ja, okay. So, kurz vor der Ziehung, Herr Schägel-Gruber, bekommen Sie alles Wichtige über die Ziehung. Unsere Kontaktdaten, Internetlink und Ihren Passwort, womit Sie die Ziehung live online mitverfolgen können. Ja, das ist gut. Werde mich da, aber auf jeden Fall kurz vorher und kurz nachher persönlich bei Ihnen melden. Hoffentlich mit der Nachricht, dass Sie eine der Hauptreise haben. Ist das denn alles auch nach deutscher Norm verschlüsselt, der Datensicherheit? Natürlich, da komme ich darauf, Herr Schägel-Gruber. Das ist wunderbar. Da habe ich nämlich diverse Anfragen. Die Gutscheine bekommen Sie nach der Ziehung innerhalb drei Werkstage an Ihre Adresse geliefert. Wir müssen die auch persönlich mit einem gültigen Personalausweis entgegennehmen, weil die sind auf Ihren Namen personalisiert. Nicht, dass die abhande kommen, weil diese Gutscheine sind ziemlich beliebt. Was brauchen Sie denn? Ein Ausweis oder reicht auch die Urkunde zum Nachweis der Reichsstadtangehörigkeit? Der Ausweis reicht. Der Ausweis reicht. Gut. Genau, der Personalausweis reicht. Und falls Sie nicht daheim sein sollten, wird das halt bei der Post hinterlegt und dann müssen Sie halt bei der Post abholen. Seien wir mal ehrlich, junger Mann, wo soll ich in diesen Tagen denn hingehen? Das Reich steht vom Zusammenbruch, man weiß nicht, welcher Tag noch der letzte sein wird. Ich werde zu Hause sein. Glaube ich Ihnen, glaube ich Ihnen. Bargeldgewinne werden binnen 24 und nach der Ziehung auf Ihren eigenen Konto gutgeschrieben. Ja? Ja. So, zuletzt noch für die Gutschrift der Bargeldgewinnung und für die zweimalige Abbuchung des Sponsorzeitschiffs. Mit welcher Bank des Vertrauens arbeiten Sie denn zusammen? Die Reichsbank in Berlin. Okay. Dürfte ich da bitte einmal die IBAN-Nummer von Ihnen haben, wovon die Bank zur Verfügung gestellt ist für die Weitergabe? Natürlich bekommen Sie die Abbuchungstermine für dieses Sponsorzeitschiff erst schriftlich nach Hause. Feuer, wissen Sie ja, kann nichts passieren. Gell, Herr Schickel-Grober? Ja, jetzt stand ich gerade ein klein bisschen auf der Leitung. Was haben Sie mir gerade für einen Auftrag erteilt? Die IBAN-Nummer, die öffentliche Überweisungsnummer, müsste ich hier in die Gewinnbestätigung mit eintragen, Herr Schickel-Grober. Sie bekommen natürlich für diesen Sponsorzeitschiff die Abbuchungstermine erst schriftlich nach Hause. Ja, da gehe ich ja auch davon aus. Das ist ja, sag ich mal, Standard. Natürlich. Feuer ist ja nicht möglich, gell? Wir müssen Sie ja natürlich schriftlich anschreiben mit der Abbogen-Seven. So ist das. Ich freue mich ja sehr, dass ich, ich habe ja eigentlich erst überlegt, ob ich nochmal an den Fernsprecher gehen soll, nachdem diese Hundefutter-Idioten da angerufen haben. Ich bin froh, dass ich auf jeden Fall etwas Tolles gewonnen und wenn Sie mich gerade nicht komplett täuschen, habe ich einen wertvollen Mitarbeiter hinzugewonnen. Ist das ein guter Tag? Nein, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mich auch, also mich freut es auch mit solchen Personen wie Sie mich zu unterhalten. Trinken. Freut mich echt. Trinken Sie, mein junger Freund. Trinken Sie Wein, oder? Äh, ja. Das ist gut. Ich habe einen edlen Tropfen aus Baden-Baden. Das kennen Sie sicher auch. Oh. Welchen ist das? Das ist ein, ich müsste jetzt nachschauen, entweder ist das ein, ein schwarzer, weißer oder ein trockener Hirsch. Aus dem Elsass, oder? Nein, aus Baden-Baden selber, aus der Rebland-Baden-Baden-Baden. Baden-Baden-Baden, okay. Ich habe auch noch einen schwarzen, schwarzer Novize ist auch noch da. Okay. Falls Ihnen das, was er ist aus dem Kloster, aus dem örtlichen. Ja, hört sich verlockend dann. Hört sich verlockend dann. Ja, nicht, nicht, dass sie sich überrumpelt vorkommt. Ich biete jedem meiner Gäste, nein, nein. Beinetikette bewusst, wenn es dann um das Anrichten eines Tischgedecks geht, wenn wir Gäste empfangen. Nicht, bin ich leider nicht, aber man kann ja immer alles lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist, das ist quasi wie in der Mathematik, die Anordnung von geometrischen Formen nach einer vorgegebenen Formel. Da gibt es ein Bild von oben, so hat das am Ende auszusehen und dann nehmen sie sich das Bügeleisen, machen die Tischdecke schön gerade, legen das Zentimetermaß an, um den exakt richtigen Punkt für das Weinglas zu finden. Da gibt es einen Winkelmesser, weil der Wein, der befindet sich ja in der eisgekühlten Schale und er hat dann genau einen 86 Grad Winkel nach oben, damit die Weinsäure nicht entweicht und damit die Flasche trotzdem einen edlen, anmutigen Sitz in dieser Flasche hat und auf die Gäste möglichst begehrlich wirkt. Okay. Es ist sehr viel, sehr viel Psychologie dahinter. Und ein bisschen feines Hand dazu. Was sagten Sie gerade? Und man muss natürlich eine feine Hand dazu haben. Selbstverständlich. Also Sie dürfen Sie dürfen da nicht mit der Hand zittern. Das wäre tödlich. Da habe ich ja auch meine Probleme. Nö, habe ich bis jetzt noch keine Probleme. Das ist gut. Sind Sie eher so der ruhige Typ? Ja, ja, sehr ruhig. Das ist ja dann auch gerade für den Umgang mit der Dienstwaffe wieder sehr wichtig, weil das Interieur hier darf natürlich auch bei einer Extremsituation nicht beschädigt werden. Nicht, dass Sie mir die Ming-Vase zerschießen. Nein, nein. Meine Ex-Freundin hat immer gesagt, du bist mir zu ruhig. Man kann ja mit dir nicht mal streiten. Ja, es gibt Frauen, die legen großen Wert darauf, dass man mit ihnen streiten kann. Genau. Und da sage ich immer, wieso soll ich mich aufregeln? Es tut nur meinen Nerven nicht gut. Das ist richtig. Die Nerven sind das Wertvollste, was wir haben. Wenn die mit uns durchgehen, da bringt uns die Intelligenz und der Charakter auch nichts mehr. Wenn wir uns selber nicht mehr im Griff haben, was soll es dann noch? Ist so. Aber da haben wir dann auch für die Belegschaft hier, weil das natürlich zwischendurch auch mal wirklich stressig werden kann. Da will ich Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Wir haben jede Menge Pervitin-Tabletten da. Das bringt einem wunderbar wie da unten, wenn man doch wirklich mal einen stressigen Hochmoment hat. Okay, super. Mit meinem Leibarzt, dem Dr. Morell, ist das alles abgesprochen. Das ist frei verkäuflich, frei erhältlich. Da gibt es auch keine Probleme mit. Das habe ich mir selber herstellen lassen. Selber herstellen lassen. Super. Ich bin sehr gut aufgestellt, wie Sie es sehen. Haben Sie gerade die E-Bahn-Nummer zur Hand, dass wir den eintragen können? Dadurch, dass diese Nummern so lang sind, habe ich die tatsächlich nicht im Kopf. Ich bin ja eigentlich auf jede Situation vorbereitet, vom Blitzkrieg bis zur Belagerung. Aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht zur Hand. Okay. Dann müsste ich doch tatsächlich, Sie haben doch sicher noch eine Minute Zeit. Natürlich, natürlich, natürlich. Dann würde ich Sie jetzt nämlich einmal zum Stationszimmer mitnehmen. Da werden die ganzen Sachen nämlich verwahrt. und dann muss ich die Karte, muss ich die erfragen. Ich habe so ein tragbares Telefon seit ein paar Wochen wegen guter Führung. Da kann ich Sie mitnehmen. Okay. Okay, super. Ein kleinen Moment. Sie sagten, Sie müssen bis halb sieben noch arbeiten. Bis halb sieben muss ich noch arbeiten. Wie lange arbeiten Sie täglich? Bis halb sieben. Also von neun bis halb sieben. Ja, das sind ja, jeden Tag. Das ist ja auch eine ganz schöne Zeit. Also bei uns ist das geladen neun und dreißig und halb Stunden. Ich sage mal so, da wir halt so lange Arbeitszeiten haben, haben wir ja zwischendrin haben wir ja ziemlich viele Pausen. Und das sollte man ja auch machen. Man sollte ja auch regelmäßig Pausen machen, damit man auch den Kopf wieder wieder ins Reihe kriegt. Das ist richtig. Das Gehirn ist ja unsere wichtigste Waffe neben dem Tigerpanzer. Genau. Und darum sind halt unsere Tage ein bisschen lang, aber dafür die Pausen. Häufige Pausen. Haben Sie denn ein Problem mit Wochenendarbeit? Nö. Das ist gut, weil da benötige ich dann natürlich auch die Assistenz. Sie wären nicht der einzige Butler, da gibt es noch diverse andere, aber ich bin natürlich auf der Suche nach einer persönlichen Begleitung. Die anderen, die sind alle gut in der Lage, die täglichen Aufgaben zu erfüllen, aber ich brauche einen, jemanden, der mir einfach menschlich sympathisch ist. Ich will jetzt nicht meine Angestellten herunterwürdigen, aber es ist einfach ein Dienstverhältnis und ich erwarte eben etwas mehr. So, ich habe meinen Weg nach vorne gekämpft. Ich lasse sie mich einmal anklopfen. Hallo Herr Schickelgruber, was gibt's? Ja, guten Tag, ich bräuchte bitte meine Bankkarte. Was möchten Sie denn mit Ihrer Bankkarte? Sie wissen doch, dass wir die Klinik im Moment nicht verlassen dürfen. Das ist mir wohlbewusst, aber ich habe hier einen jungen Mann am Telefon. Er braucht dringend die IBAN-Nummer zur Durchführung einer Transaktion. Wie meinen Sie? Das geht um eine wichtige Zeitschrift zur Führung des Krieges an allen Fronten des Reiches. Kann ich den jungen Mann mal haben? Ja, selbstverständlich. Hallo Schukow, wer ist da? Ja, Kevin Scheifle mein Name. Mit wem spreche ich denn jetzt gerade? Hier ist Schukow, ich bin leitender Pfleger von Station 7. Was besprechen Sie gerade mit Herr Schickelgruber? Ja, Herr Schickelgruber, der hat sich für einen Gewinnspiel hat er sich registriert für einen Einkaufsgutschein. Und da müssen wir natürlich für diese Transaktion, da muss er sich natürlich ein Sponsor-Zeitstift nehmen und dafür müssen wir natürlich für die Abbuchung des Sponsor-Zeitstifts uns einmal die IBAN-Nummer durchgeben. Da bekommt er natürlich erst die Unterlagen, bevor was abgebucht wird. Ich verstehe. Herr Schickelgruber, Sie wissen, Sie sollen so etwas nicht machen. Gehen Sie bitte wieder in Ihr Zimmer, ich kläre das. Junger Mann. Ja, bitte? Herr Schickelgruber ist bei uns Patient bei der Psychiatrische Anstalt. Der kann keine Verträge abschließen. Ja, okay. Vielleicht haben Sie bei Gesprächen gemerkt, er hält sich für Adolf Hitler. Der kann keine Verträge machen. Ja gut, das hat er mir natürlich nicht gesagt. Ich hoffe, er ist Ihnen nicht persönlich beleidigend geworden. Er bringt oft... Nein, 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 nein. Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht sollten Sie ihn vielleicht mit dem Internet einsteigen können. Eigentlich ist dieses Telefon so eingestellt, dass nur seine Familie, seinen Bewährungshelfer und seinen Therapeut anrufen können. Ich weiß nicht, wie sind Sie bei seinem Zimmer gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber er hat keine sexistischen, rassistischen oder homophoben Beleidigungen zu Sie gegeben. Da bin ich sehr froh. Dann zeigt die Therapiewirkung. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Okay, kein Problem. Aufhören. Schönen Tag noch. Wieder hören. Alter, der hat sich schon wieder bei Gewinnspielen angemeldet. Ich sag's dir. Aber was hat er denn diesmal gemacht? Irgendwas mit Zeitung? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nimmst du Telefonwensel? Schade, ich dachte, der bleibt noch ein bisschen dran. Ahnung. Vielen Dank.